Antenne Vorarlberg Servus, das ist der Martin Veith aus der Pole Station in Höchst bei der Nicole Blumpetratzer und ihren Fashion-Mädels. Nicole, ihr habt euch mit einer Bitte an mich gewarnt, was denn? Ja, es gibt ganz viele Pole Dancerinnen bei uns im Ländle und wir haben uns gedacht, dass wir jetzt mal einen Pole Dancer suchen. Und da habt ihr an mich gedacht? Ja, genau. Glaubst du, das kann man überhaupt, Pole Dancen? Ja, auf jeden Fall. Pole Dancen ist für jeden möglich. Wie es die Profis machen, sprich die Mädels hinter mir und wie ich es dann machen sollte, schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Ja! Claudia Podemann aus Hart, wollt ihr Sieberschuss Stripperin werden? Ne, Stripperin absolut nicht, aber Pole Dancer ist genial. Also kann man das nicht mit Strippen vergleichen? Absolut nicht, nein. Marion aus Bregenz, ihr habt ja bald Tag der offenen Tür. Braucht es Nachwuchs? Auf jeden Fall. Also Nachwuchs ist immer gern gesehen. Super! Ja! Super! Super! Dein Resümee bekomme ich überhaupt erzeugt? Ja natürlich, du wirst super. Du hast Kraft, du hast auf jeden Fall Potenzial. Natürlich musst du viel mehr üben noch, damit du das an die Stange bringst. Antenne für Eilberg!